Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Wetterfolge hier im Arsch. Wir machen weiter mit Ballenaufsammeln. Nebenbei wird auf Feld 24 und 25 Gras gemäht. Reitablage für heute. Düngerfahrzeugwahlentüpfung. Der muss ihn ja auf Feld 23 und den auch entsprechend sammeln. Also aufressen lassen. Ein Stück Kappel ist noch Heu oder Gras. Das ist in dem Fall da egal. Hier will ich eigentlich versuchen hier komplett die Dageballen zu bekommen. Dass die BGH ein bisschen arbeiten kann. Das wird sowieso nicht reichen für die ganzen Tage. Aber das erste mal reicht es. Fahren wir runter. Hilfe, unser Dingersteller ist da. Aber der soll bitte warten bis wir hier fertig sind. Sonst... Ich mag das nicht, wenn die hier ist. Gras doch. Obwohl für die BGH so egal. Glaube ich jedenfalls. Ob das Shit sein könnte, das weiß ich nicht. So. Fingeres Prozess meine ich. Keine Ahnung. Aber allgemein ist das nicht günstig, ne? So, da eine Heu wahren. Dann kriegst du dich raus, ne? Schwierig. Wo bist du? Auf die Sonnenplanet. Er trennt. Da runter ist er. Der will ich haben. Der soll in die Halle rein. Krass. Heu. Ich glaube, ich muss den LKB wegfahren. Die Funktion, wenn man anhebt. Das ist glaube ich, äh... Objekte rein. Äh... Stecken oder so. Dann ist es entsprechend, äh... Dann macht das nichts. Dann kann man hier so anfassen. Zack. Aufheben. Jetzt rein im Fahrzeug. Warum es ist, keine Ahnung. Ich will den wir nicht haben. Den Heu wahren. Wieso willst du so nicht? Wichtig viel. Die Schnellfunktion können gehen. Das ist unkönig. Ohne. Gleich lassen wir es sehen. Das liegen. So. Jetzt bin ich den unterweg. Hier. Und dann bin ich es weggen. So. schön gepresst was für ein auffahren sollen wir gleich mal wieder einsteigen und das chaos aufräumen fahren wir ein bisschen zurück der c-1 ist fertig also ich sag mal so wenn ein ball irgendwo irgendwo liegen bleiben soll dann klappt das garantiert nicht aber in dem falle so gut dann wollte ich gucken er ist fertig dann gehst du zurück zum hof und tschüss ach so hier entlassen den kurs können wir löschen ist hier kein flippern kurs holger watu hier macht dann muss ich eben kurz zum car zu fahren aber guck mal ganz kurz das müsste eigentlich hier so ein kurs sein aber kann sein das nicht der fall ist zuckerrüben fährt full aber er steht ne krass so dann gehen wir auf den c-1 hin wir machen ja ganz komisch in zukunft hier so dann fahren wir auf feld nummer 18 dann gucken wir da auch mal den kamen wir auf dem 8 also tor haben mehr als genug schweinwurper gefällig zum schmackflug bei der hunde ist halt morgens Zeit zu nehmen aber nachts ist ungünstig da hab ich schon mal pech gehabt aber auch deswegen weil ich wahrscheinlich nicht mehr gefühlt habe äh kursgenerierung 18 und einstellen so zuckerhörig warte noch gleich BGH Nord nicht hier oben Wasser hat abgekippt das ist gut aber der fährt nicht weiter der Bruder dann brauchen wir sie auch nicht so gehen wir auf wieder herstellen anwenden hier warte sowieso zuckerhörig 100.000 drinnen kompass 8.000 ne 10.000 sogar hüben sehen lehrverletten na gut das muss man sehen ja hüben ich meine ist ja alles was da ne aber wie gesagt alles wir wollen ja nicht mehr fahren ne so das muss man eigentlich loskühlen ne Bruder fahre abladepunkt hm jetzt machen wir das gleiche wieder herstellen das ist mir jetzt gleich kommt bald in meine Version meine hoffnung oder ich muss mal den alten unternehmen und neu drauf bringen komplett das wird da durch trainereifen durch gucken so die beiden fahren ich muss ja noch bisschen bald sammeln jungen bald jetzt aber ja auf dem letzten Meter ne also zwei vorgewendet meinte zu wenig aber man kann das ja auch nicht äh ich kanns nicht sag mal so das würde ich tun aber aber der Zaum ist ja kein Grund zum wechseln ne die Besucher halt entfangen wenn er mehr machen muss oder da kann ich bloß mehr Fährung bei guter Speichert habe ich eh nicht gespeichert dann ist er auch fast fertig ja da werden wir gleich mitfahren ne war ja nicht viel aber er ist halt einfach machen muss ne hier ist am Rand bloß da muss es aufgeben sein aber ich weiß echt nicht warum aufgreifen nicht so funktioniert wie funktionieren soll gerade bei dem WLAN und äh geliefert ist es gerade im Grunde eben dauernd nicht herhängen wird ne ähm so eine Belieferation kann auch alles gut allein machen wenn man nicht dabei sein ein bisschen arbeitsdelegieren muss man schon ne das wird halt immer bei der vierfach zu viel das schafft man ja nicht mehr oder das dauert noch länger ne oder das dauert noch länger ne hier höchstens wir lassen das geht wieder runter der Kollege so x das nehmen wir nochmal weg dann wir haben nichts zu verschenken ne wir haben nichts zu verschenken ne mach nichts so und das geht das geht das geht das geht das geht und so mal gucken was ich gemacht habe ordner verwenden ja haha so angekommen Wasser Milch Na Milch kann man nicht fahren hat das nicht gelohnt na das lohnt sich jetzt nicht Ballen sammeln wollte Ballen sammeln wollte Ballen sammeln wollte Lkw nehmen wir den da auf gehts Blocking Wasser gut kümmern wir uns näher drum Zuckerrüben garantiert äh bevor das nervt langsam ne aber da muss man gucken dass ich dann neue Wasser runterlade halten möchte und dann neu rauf macht aber überall das gleiche Problem ob wir auf Kürgen das sind auch gleiche warum weiß ich nicht hier ist doch so viel Heubeige wie wir öfter mal Heuballen rauf aber hier wird ja irgendwann naja gut paar Ballen sind noch auf der 23 möchte ich eigentlich noch Zuladeball machen und auf 23 und 24 ne 25 und 24 eigentlich Räubern äh ja für nächstes Jahr halt ne als Reserve für die Tiere ja ich könnte auch theoretisch was und in äh Thüringen rauchen muss auch nicht zur Not und da hast öfter mal äh schlecht Wetter ne äh meine Erfahrung von der letzten Saison ne da war aber schön verregnet alles hier ist das mal extrem trocken ne ich wundere mich eh da finden wir dass kein Staub hier ist und Graf nicht weg ist das ist heftig zur Zeit wenn dir irgendwann Regen kommt ich weiß auch nicht äh alt ist Wetter ja Regen kommt Mittwoch Donnerstag ne also heute da kommt doch der Herbst denk ich mal trocknet ist sehr gut bei knapp 40 Grad wenn du wirst da warten ne das brauche auch nicht mal zetteln dass das da brauche ich liegen bleibt das ist dann auch trocken boah ist gerade trocken der Boden ist ja so warm und mit 24 Grad dann ist das schon extrem dass überhaupt Gras noch wächst wundert mich hier überhaupt hab ich etliche also viele Ballen von der Grund jetzt bis jetzt so liebe Schauer das soll es auch schon für heute gewesen sein ich sag mal vielen Dank fürs reinschauen dann sag mal tschüss tschau tschau ja wo geht's hier weiter hier zum Arsch wahrscheinlich Grasbauernseite wahrscheinlich leider oder mal schauen also da brauchen wir ein bisschen Impressen noch dass ihr jetzt mal einen Kommentar rumkümmert das ihr zu drüben läuft läuft und so weiter und so fort ne tschüss und ein dickes Danke für dich rein das reinschauen und liken abonnieren tschüss tschüss das ist das ist absolut mit